Pass auf dich auf, ja? Die Zielperson wurde gesichtet. An alle Teams, wir haben ihn identifiziert. Stehenbleiben! Hände hoch! Los! Lauf! Sie heißen Sie! Ich werde mich an Sie erinnern! Ist der Officer Fischer vom New Orleans Police Department? Ja. Heute ist ein besonderer Tag. Vor einem Jahr hast du mir etwas genommen, was durch nichts und niemanden ersetzt werden kann. Es war ein Unfall. Dafür werde ich dir jetzt etwas nehmen. Molly, komm da raus! Sie ist nicht tot. Das ist nur ein Spiel. Wenn du willst, dass sie lebt, dann tu genau das, was ich dir sage und wenn ich es dir sage. Ich werde dich finden und dich töten. Du ahnst nicht, wie sehr ich mich darauf freue. In 15 Minuten rufe ich auf einem Handy an, das sich im 18. Stock eines Hotels befindet. Kommst du zu spät, geht die Bombe hoch. Ich habe hier jemanden für dich. Wenn du das siehst, hast du noch... 60 Sekunden, bis der Fahrstuhl abstürzt. Dir bleibt nur Zeit, um einen von euch zu retten. Bleib durch den, ich hole dich raus. Los, gib mir die Hand. Ich bin los, doch! Ich hab dich! Willy! Denk an die Bombe, Danny. Du hast genau sieben Minuten für die 23 Blocks. Danny, pass auf! Du entscheidest, wer lebt und wer stirbt. Zwölf Runden. Demnächst nur im Kino. Denn der Buhn ist noch ein...